Hi, ich bin Patrick von Fandoino, das ist der Fandoino Cube und mit ihm kannst du innerhalb von einem Tag programmieren lernen. Komm, ich zeige dir, wie es geht. Im letzten Video haben wir uns den Infrarotsensor und die Fernbedienung des Fandoino Cubes angeschaut und diesmal gehen wir in die neunte Lektion und behandeln den Fotowiderstand des Fandoino Cubes. Wir haben schon einige Sensoren auf dem Cube kennengelernt und der Fotowiderstand ist nichts anderes als ein Sensor zur Erkennung der Helligkeit. Bevor wir diesmal direkt mit der Aufgabe rein starten, gucken wir uns erstmal an, wie ein Fotowiderstand überhaupt genau funktioniert. Wie man sieht, ist neben dem Fotowiderstand ein weiterer Widerstand eingebaut. Zusammen wirken die beiden wie ein Spannungsteiler. Der Fotowiderstand ändert seine Stärke je nach Lichteinfall. Je höher die Lichtintensität, desto niedriger ist der Widerstand und umgekehrt. Mit dem Spannungsteiler ergibt sich, je höher die Lichtintensität, desto höher die Spannung zwischen den beiden Bauteilen. Diese kann der Mikrocontroller auswerten und weiterverarbeiten. Der Zahlenbereich, welcher der Mikrocontroller verarbeiten kann, liegt bei einem 5 Volt Widerstand bei 0 bis 1023. Also je höher die anliegende Spannung, desto höher die Zahl. Misst der Nano also 2,5 Volt, liefert er den Wert 512. So, ich hoffe mal, das war verständlich. Die Aufgabe lautet jedenfalls wie folgt. Wenn es in unserem Raum zu dunkel ist, soll die rote LED leuchten. Wenn es im Raum hell genug ist, dann soll die grüne LED leuchten. Der Mikrocontroller misst die Spannung an einem analogen Port. An dem Pin des Fotowiderstands steht, dass dieser mit dem A7-Pin des Nanos verbunden ist. Wir haben also einen analogen Sensor und diesen Block wählen wir im Untermenü Sensoren aus. Wir nehmen also hier den Block für einen Sensor analog. Nenne diesen Block um in LDR-Fotowiderstand und gebe den Pin an. Danach sichere noch eben ab, dass du die beiden LEDs, also die grüne und die rote, mit in die Roboterkonfiguration einpflegst. Die Aufgabenstellung sieht vor, dass eine LED in Abhängigkeit einer Bedingung leuchtet. Wir benötigen also eine If-Else-Schleife, also ins Menü Kontrolle und dann die Wenn-Mache-Sonst-Schleife. Als nächstes erweitern wir die Schleife um einen Operatorenblock. Diesen findest du im Logikmenü. Das ist genau dieser hier. Ziehe den einmal hinter das Wenn in die Schleife. Sehr gut. In dem Block haben wir zwei freie Felder. Weißt du vielleicht schon, welche beiden Blöcke wir hier hinzufügen müssen? Zuerst müssen wir den Fotowiderstand auslesen. Das machen wir mit dem eben gerade festgelegten Sensor. Diesen ziehen wir in das erste leere Feld hinein. Erinnern wir uns kurz zurück. Der Zahlenbereich eines 5V-Fotowiderstandes ist 0-1023. Wir müssen also als Schwellenwert 512 festlegen, damit wir festlegen können, dass dann die rote LED leuchtet. Dazu gehe in das Menü Mathematik und wähle diesen Block für eine einfache Zahleneingabe. Ziehe diesen in das zweite leere Feld. Hier gebe nun die 512 ein. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Denn der Operator muss noch passend eingestellt werden. Die rote LED soll leuchten, wenn der Wert 512 unterschritten wird. Also wähle den passenden Operatoren aus und wir können fortfahren. Es ist natürlich kleiner als. Damit das Programm vollständig ist, müssen nun noch die beiden LEDs hinzugefügt werden. Dies sollte ja kein Problem mehr sein. Also einmal das Programm hochladen und gehe mal zu deinem Lichtschalter und betätige diesen, um zu sehen, ob unser Programm funktioniert. Hm, das passt irgendwie noch nicht ganz. Was könnte noch fehlen? Die LEDs leuchten, sobald der Schwellenwert erreicht wurde, durchgehend. Das können wir recht einfach beheben. Schalte die LEDs einfach jeweils aus, wenn die andere angehen soll. Ah ja, da haben wir den Schwellenwert erreicht. Sehr gut. Das sieht doch ganz fantastisch aus. Wie könnte man diese Schaltung noch sinnvoll erweitern? Vielleicht könnte man ein akustisches Signal mit dem Lautsprecher ergänzen? Oder hast du eine andere Idee? Ansonsten kann ich nur sagen, hervorragend. Du hast deinen ersten analogen Sensor auf dem Cube programmiert. Von mir soll es das vorerst gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video, dann mit der zehnten Lektion, dem Potentiometer. Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere doch diesen Kanal und drücke die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Wir freuen uns auch immer über Fragen, Kommentare und konstruktive Kritik, damit wir unseren Channel stetig verbessern können. Bis dahin, auf Wiedersehen.